Die Alemannia nach dem Erfolg gegen Viktoria Köln auf dem Höhenflug. Vor diesem Spieltag die schwarz-gelben Punktgleich mit dem Spitzenreiter auf Rang 3. Da sollte gegen den SV Rödinghausen natürlich der nächste Sieg her, um sich ganz, ganz oben festzusetzen. 8400 Zuschauer sahen aber zunächst nur die Gäste. Der Aufsteiger bärenstark in Durchgang 1, allerdings ohne wirklich gefährlich zu werden. Freddy Löhe hatte in den ersten 45 Minuten nicht viel zu tun. Seine Vorderleute brauchten selber, aber auch bis kurz vor der Pause, ehe sie mal den Vorwärtsgang fanden, dann aber direkt so richtig. Graudens mit dem Blick für Denis Dovidat. Das hatte sich 0,0% abgezeichnet von der Alemannia bis dahin kaum was zu sehen in der Offensive. Machte dann kurz vor dem Pausenpfiff das 1 zu 0. Bitter für den Aufsteiger aus Rödinghausen. Bis dahin klar die bessere Mannschaft, aber was zählt, sind Tore. Und davon hatte Aachen zur Pause 1 und Rödinghausen 0. Im zweiten Abschnitt dann ein anderes Bild. Aachen von Beginn an nun hellwach. Zach Ray mit dem Ball für Tobi Mohr, der sein Startelf-Debüt gab und für reichlich Wirbel sorgte. Fabian Graudens dann aber ohne Druck beim Abschluss. Die Gäste steckten hier aber nicht auf. Rödinghausen mit dem Selbstbewusstsein des 7 zu 1 Erfolgs in der vergangenen Woche scheiterte aber ein ums andere Mal am bärenstarken Freddy Löhe im Kasten der Aachener. Der Aufsteiger blieb aber unbeeindruckt und suchte immer wieder sein Heil in der Offensive. Freddy Löhe war es zu verdanken, dass Aachen auch nach einer Stunde Spielzeit noch in Führung lag. Die Gäste in dieser Phase dem Ausgleich näher als Aachen, dem zweiten Tor. Aber die Schwarz-Gelben, sie versuchten es jetzt auch ein ums andere Mal. Fabian Graudens auf Kapitän Eymann Demay. Der Abschluss aber zu harmlos und zugleich die letzte Aktion vom Kapitän. Er wurde kurz darauf ausgetauscht gegen Tim Lünenbach. Je länger das Spiel dauerte, desto häufiger brachte die Alemannia endlich ihre Qualitäten auf den Rasen. Dovidat versucht es mal aus spitzem Winkel. Die Aktion eigentlich schon so gut wie vorbei, aber nur eigentlich, denn der Ball kommt wieder zu Dovidat. Und der mit dem Blick für Fabian Graudens. Und der murmelt den Ball irgendwie ins Tor. 2 zu 0 für die Alemannia in einer Phase, als sie langsam die Kontrolle über die Partie übernahmen. Die Fans natürlich aus dem Häuschen, denn das bedeutete aktuell Aachen auf Platz 1. Denn die Viktorie aus Köln stand nur Remi beim VfL Bochum. Und kurz vor dem Ende dann der nächste Angriff der Aachener Dominik Ernst mit dem Blick für den eingewechselten Shahin Dagestan. Die Sache war gegessen. Aachen besiegte den Aufsteiger SV Rödinghausen mit 3 zu 0. Am Ende glücklich in der Höhe, aber doch verdient. Und es gab den Sprung auf Platz 1, zumindest vorübergehend. Einfach den Moment genießen. Es ist schön, mal wieder da oben zu stehen. Und man hat gesehen, die erste Halbzeit war schwierig, waren schwierige Gegner. Wussten wir auch nach dem Viktoriaspiel, dass es nicht so einfach wird und wir die nicht einfach so weghauen. Und man hat gesehen, die zweite Halbzeit hat wieder jeder für jeden gekämpft. Ein gutes Spiel abgeliefert. Und im Endeffekt 3 zu 0 gewonnen. Grandios. Ich glaube nicht, dass wir nicht da waren. Ich glaube einfach, dass wir vom Kopf her schon da waren. Aber es irgendwie heute nicht umgesetzt bekommen haben, die erste Halbzeit. Woran das heute mal lag, ist direkt noch am Spiel schwer zu sagen. Aber im Endeffekt ist es scheißegal, wir haben gewonnen. Ja, es ist natürlich super. Die Momentaufnahme ist schön, dass Viktoria heute gepatzt hat. Wir wussten, dass es heute ein ganz anderes Spiel wird. Dass es viel schwerer wird, dass die Fans viel erwarten von uns. Bin natürlich ein bisschen enttäuscht, dass so wenige dann im Endeffekt noch kamen, weil wir ja eigentlich gehofft haben, dass über zehn schon kommen. Aber dass wir das dann in der zweiten Halbzeit so souverän runterspielen und jetzt Tabellenführer sind, das zeigt dann auch unsere Qualität. Gewinnt Rot-Weiß Essen seine Partie am Sonntag nicht, dann grüßt die Alemannia nach diesem Spieltag von der Tabellenspitze. Wer weiß, wohin es für diese Mannschaft in der Saison noch gehen kann. Am kommenden Wochenende geht's zum SC Verl, vielleicht zum ersten Mal seit langem als Tabellenführer.